Was? Okay, ist das was meine lieben Freunde! Herzlich willkommen zu TTT mit meinen geilen Homos! Oh ja, geil! Hey, zusammen! Ich dachte jetzt Riku macht begrüßen. Oh ja! Ohne Spaß! Was ist denn mit in der Aufnahme lassen? Genau in dem Moment habe ich Aufnahme gestartet. Alter, nee! Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Oh ne! Ich fände euch alle erotisch, muss ich sagen. Hocherotisch! Aber das Papa Bar von Sascha habe ich noch drin. Oh nein! Also, wir sollten jetzt eigentlich nur zwei Trader haben, aber ich bin mal wieder nicht Trader, ich glaube, Tankrunner ist es. Nein! Ich tütze, ich tütze! Ohne Witz, ich wette mit euch um 50 Euro, dass es Tankrunner ist. Wenn du nicht Trader bist, bleibst du stehen! Okay! Okay! Tankrunner! Ghost! Hi Riku! Bist du Traitor? Nein! Wollen wir zusammenlaufen? Wollen wir zusammenlaufen? Ich möchte ja nicht sagen, ne? Aber Inkrunner ist innocent! Wer ist der Ghost? Wenn du jetzt grad Tankrunner deckst, dann bist du es auch! Scheiße, wer schießt auf mich! Nein, ich habe ihn umgebracht und er ist tot! Was? Ich glaube, das wäre logisch! Es umgebracht! Wenn ich gleich down bin, ist es Riku, aber Riku wird ja gerne zusammenlaufen! Hey! 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 Ich bin ein bisschen weg! Gut kam die Schuhe! Ich übelst eh! Oh! Er war sogar! Du hast den Game auch nicht geschossen, du Wixler! Warum schießt da eigentlich immer jeder Nippel ran? Weiß ich nicht, weil die verdeckt sind irgendwie! Mach das auch immer! Oh, Mann ey! Oh, Leu Gunters Tod, er war! Leu, Leu, ich glaub ich war hier im Kreis die ganze Zeit! Werd'n Crane getötet? Ja genau, Werd'n Crane getötet! Ich! Ja, warum? Wixler! Weiß ich nicht! Ja, also grad eben, ich saß da und da hat er bei mir vorbeigeschossen und dann meinte er einfach mal in der Zeit nicht für Traitor, weil ich ihn mal herlaufen darf und da hab ich ihn einfach mal auf. Achso, cool, geil! Galil oder? Ja dann war's kein Rainer, dann war's aber kein Rainer. Ich würde die Farmers nehmen. Und springen und laufen. Wieso die Farmers? Oder die SG, die G3, SG-AZ ist richtig geil. Ich glaub ja, Saskia ist richtig geil. Wenn's Denko nicht ist, dann muss es Saskia sein. Ja, also. Nein, ich bin's auch nicht. Ich glaub, das ist der Glück, der hier weg ist. Ich glaub, dann ist es der Glück, der hier weg ist. Ja, was denn? Nein, ich hätte Eric Kurt von 5 mal killen können. Ja, und ich hätte ihn auch killen können. Ich hätte euch schon alle suiziden können. Ja, ich hätte euch auch schon alle unten, na gut, mal. Äh, was ist denn jetzt auch so? Was? Wer hat das Ding gemacht? Nein, vielmeiß Spaß, Alter. Wo ist eigentlich der Stromkasten? Gibt's die überhaupt hier? Ja, die gibt's. Oh, ne. Alter, Alter, also den Stromkasten, Alter. Ey, diese G-Hat musst du mal zünden, wenn dir der Slender-Timer eingestellt ist. Ey, ich hab das nur noch gefunden. Nein, 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 oh. Wenn's dann dunkel ist und dann jemand... Ja, das wär irgendwie geil. Das wär geil. Das wär geil. Das wär geil. Das wär richtig geil. Das mach ich nachher, wenn ich straighter bin. Dann kann ich dir definitiv sagen, ey. Dann würd ich mir sowas von einscheißen. Das mach ich nachher, wenn ich straighter bin. Nein. Das muss verreden. Geil. Und wenn ich nur neben dir stehe und da keiner weiter ist. Das, Gabi, findest du mein Bild? Ist das hübscher? Findest du das richtig hübscher? Alter. Das ist richtig geiler. Ich hab so'n richtig schönes Pony. Gut, dass die zensiert sind. Ja, ne? Lalalalalalalala. Sonst müsstest du einfach überall, überall die komplette Wandfolie mit diesen Dingern machen und ich müsste alle zensieren. Was ist das überhaupt? Wir müssen es bei jedem Nippel schießen. Die G-Hat-Bombe. Ja, genau. Ja, und was bringt die? Das ist doch komisch. Sag mal, wieso sind wir eigentlich nur noch vier? Hier lebt doch noch einer, oder? Einer von euch. Wo ist eigentlich Rain? Ne, es ist noch einer. Rain. Wo ist Rain? Was ist mit Rain? Rain war ein Trailer. Saskia, bleib... Saskia, wenn du wirklich innoßen bist, bleib hier bei mir. Wenn der Trailer schlau ist, dann mach da das Licht draus. Okay. Ich bleib auch bei euch. Ich bleib auch bei euch. Ich bin definitiv innocent. Definitiv. Ich bin auch innocent. Dafür verwette ich mein... Dann kann's ja nur noch Rain sein, oder? ATC Desire, hä? Yay. Was ist mit nem HZ... Hä, Leute, wo bist du denn? Ach, hinterm... Warum geht das Licht nicht aus? Was? Ist das richtig der Stromkasten hier? Nein. Ne, das muss der Trailer aktivieren. Ja. Das geht nicht... Das kommt nicht automatisch irgendwann. Scheiße. Ich dachte, das kommt automatisch. Irgendwie werde ich von Slenderman vergewaltigt. Wo ist denn der Stromkasten? Wo ist denn der Stromkasten? Ne, es gibt kein richtiger Stromkasten. Können wir den jemanden zeigen? Ne, es gibt kein richtiger Stromkasten. Hä? Wieso? Wieso wollte ich denn das scheiß Licht ausmachen? Nein, ich will dir... Ich will dir nur zeigen, wo das geht. Ja, ich laufe immer hier die ganze Zeit im Kreis. Ich glaube, ich habe gerade mal ein Achtel von der Map abgelaufen. Ich glaube, das ist hier lang, oder? Ja, ich glaube auch hier lang. Oh, wartet auf mich, wartet auf mich, wartet auf mich. Ich bin nicht alleine, ich bin nicht alleine. Ne, jetzt hier rechts, oder? Ja, hier. Ach ne, hier, genau. Hier, Saskia. Hier in der Tür. Hier in der Wand. Hier genau hier. Drück da mal eh drauf. Ja, hier. Ich habe keine. Saskia. Saskia. Wenn du hier eine rote Hand siehst, drück mal eh drauf. Was? Wenn du hier eine rote Hand siehst, dann drück mal eh drauf. Ich will, der drückt irgendwie anders und alle können, äh, Saskia. Sehe es jetzt schon. Hä? Ich bin's definitiv nicht. Ich auch nicht. Aber ich glaube, Rain ist anscheinend tot, weil Rain sagt nichts und ich hab Rain noch nicht. Wo soll das sein? 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 Nein? Das kannst du nur als Traitor machen, Saskia. Bleibt mal alle nicht. Bleibt mal stehen. Ja. Saskia, bleib mal stehen. Und jetzt? Ich hab Angst. Warum ist es stille? Nein, Papa, das geht grad nicht. Nein, nein. Ach, hier läuft jemand? Gehst du in die Sauna? Warte, mach mal leise. Ohne jetzt, ich hab grad übel Schiss, Alter. Ich auch, aber ich hab zum Glück mal Licht an. Ich hab übelstes... Alter, ich hab übelstes Eiermannern, ey. Scheiße, hab ich Schiss, ey. Wer ist denn das hier? Das ist Skullcanny. Das ist Skullcanny, ruhig. Ich hab grad nur die komische Opergesänge eben getrieben aus dem Wohnzimmer. Oh nein, nein. Oh nein, hier ist ein Traitor. Und keiner von uns, weil wir haben da nicht hingeguckt. Ich... Wer war das? Wenn Ray nicht mehr lebt, dann kann es nur einer von uns sein. Er lebt, ich schwör's. Wieso schwörst du es, dass er nicht mehr lebt? Ich hab gesagt, dass er lebt. Achso. Da schießt immer noch. Ich wusste es. Mammel, 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 Mammel! Der ist tot. Nein. Das ist geil, Alter. Ich wusste es. Der hat so ein bisschen angst an die Leute. Ich hab von random... Ich werde nur von... Von Rang gerandom killen, ey. Das nervt du sehr. Nein, Junge! Ich wurde von Skullcanny. Ich wurde von Skullcanny. Ich habe jetzt geschossen. Skullcanny hat sie am Tieren. Ich hab ohne Schein keine einzige Kuhlacken abgefeuelt. Ich stehe einfach nur da. Du kommst jetzt um die Ecke und kippst über das Shotgun zwei Mal. Aus dem Bestand ist das einzige Kuhlacken. Hörst du, meine ich meine Leichenkangeln dazu? Ja, wenigstens mal ein Zivir verreckt, du Sau. Das war jetzt auch voll geil, oder? Das war wirklich fair. Ja, aber das ist das Gute, dass man den Timer höher einstellt. Dann kann man, wenn man so entschärft ist, dass es immer hoch geht, ja. Ja, das hab ich zum Beispiel. Ich hab den Timer so hochgestellt, dass keiner das Kippen gehört hat. Ja, toll. Und ja, gestoppt. Äh, bitte mich nicht umkrieg. Ich bin kurz AFK am Sporen. Ich glaub, Tango neu ist. Lass mal Tango neu tönen. Ich glaub auch Tango neu ist. Alter, nicht schon wieder. Ich frag grad eben schon GRDM. Ja gut, jetzt nicht mehr. Aber ey, ich glaub, es ist jetzt wirklich irgendwie so. Nein. Oh, innocent. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man solltest du denn sein. Wir haben Map gewechselt. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin schon wieder innocent, ey. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin schon wieder innocent, ey. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin auch in ho. Oh, da ist Trigger. Alter, wir zünden jetzt ständig Incision. Das geht ja. Ich hab mir da hingeworfen. Ich hab mir da hingeworfen. Ich hab mir da hingeworfen. Okay, Rain. Wir laufen zusammen, ja. Warum brennt hier eigentlich alles? Aber lauf bitte neben mir oder vor mir. Ja, weil irgendwer doch ne Incision die da hingeworfen hat. Ja, weil irgendwer doch ne Incision die da hingeworfen hat. Damit wir beide gleich sind. Oh, ja, 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 ja. Also, das ist keine Waffe. Hey, ich hab die Glocke in der Hand. Ich hab die Glocke in der Hand. Achso, ja, meine G ist G1. Okay. I'm the best. I'm it. Shadalala. I'm a here, you are the who. Ich weiß nicht. Lass mal gucken, was das ist. Nein, ich hab das gepiept. Wollen wir zum Traitor-Dingsbums gehen? Nein, nur Speed musst du hingehen. Nein, nur Speed musst du hingehen. Alter, also Speed musst du hingehen. Ohhhh. Es ist. Ghost ist es auf jeden Fall. Nein, ich bin's nicht. Ich hab den grad nicht archiviert. Ich bin hier. Warum sollte ich mit dir zum Traitor-Dings gehen, um das zu aktivieren? Deswegen bin hier. Nee, wir, wir, wir sind's nicht. Geh weg, 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 weg. Ich bin hier und ich bin die ganze Zeit jetzt hier nicht mehr weggegangen. Ich bin noch nicht mehr in der Nähe. Dann gehst du mit dem Kambulator weg. Dann gehst du weg. Nein, hör auf! Wer sterbe ist es? Wer hat das Ding grad aktiviert? Und wenn ich sterbe jetzt? Aber Rain, wir beide waren nur hier. Einer von uns. Aber wir beide waren doch nicht. Wtf. 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 Riko? Riko ist der denn auch hier? Ja, ich saß die ganze Zeit hier. Warte, 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 warte. Ich glaube Riko ist es nicht. Ich war die ganze Zeit hier. Ich war die ganze Zeit hier. Es war schon wieder Tengo da. Tengo da. Tengo da, Entschuldigung. Aber ich glaube es ist nicht, dass es Riko ist. Riko ist es glaube ich wirklich nicht. Hast du grad Tengo da gerandomt? Nein, er war Trader, weil er hat mittelsfall ins AWP auf den Weg geschossen. Ich hab die ganze Zeit stand nicht hier. Wer war denn eben gerade bei mir? Bleib bei mir. Bleib bei mir. Ich war's nicht. Ich hab einen Disko auf dich geworfen. Ja, guck und dann war ich. Ich war sonst nicht gegangen. Aber Skullcandy vielleicht bin ich jetzt weiter. Ja, ist mir egal. Ja, du warst noch mit uns hier. Wow, wer ist denn das? Ja, ich weiß hier. Ich hab doch grad Tengo da erschossen. Ja, ich will mit dir laufen, weil ich will mit den anderen laufen. Komm, random kümmern nochmal. Raine, Raine hier. Raine, hallo, töten. Kann man eigentlich auf die Dinger hier schießen und explodieren hier das? Nein, das ist der Pore. Du willst die Minuspunkte. Aber ich glaube, es ist Raine. Ich will nicht mehr töten. Rico glaube ich, dass er ist. Hä? Wieso? Ich war noch nicht mal... Ich hab das und ich hab hier das. Die zweite. Ich hab das und das. Und ich hab noch nicht geschossen. Ich kann nicht nachladen. Ich kann nicht nachladen. Ja. Dann nimm mal die anderen Waffen. Vielleicht hast du irgendeine Schallgenämpfte oder so ein Scheiß. Magneto Stick, Holstadt und Crowbar. Hat Marlon letzte Runde Innocent getötet, wisst ihr das? Michi kann natürlich auch sein, aber wieso nicht in dem Pferd. Hallo, Leute. Oh, Pferd. Ja, ich kann's auch sein. Kann dir mal jemand jetzt antworten? Was denn, Saskia? Was ist denn, Saskia? Hat Marlon letzte Runde Innocent getötet? Leute, komm mal ganz kurz. Warum reden immer alle, wenn Saskia grad reden will? Könnt ihr mal über den... Ja, Enrico, komm mal her. Oh, wo, wo. Hat Marlon letzte Runde Innocent getötet? Hat Marlon gesagt, ja. Ähm. Ja, du kannst ja viel erzählen. Wir haben entdeckt, dass die Pferd-Statur ein Penis hat. Oh, nein. Ich hab's schon gesehen und ich wollt's nicht sagen. Ja. Ey, musst du das mal intensieren? Ey, Ghost, musst du das optimieren? Ich glaub, ich würd's immer facecam, aber wir haben auch nicht Heune grad vor Lachen. Ich hab's noch nicht gesehen, glaub ich. Penis, 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 Penis. Ich glaube, das geht auch durch, weil es eine Statue ist. Okay. Ich weiß nicht, was ich... Das ist... T-P-E-S. Das ist was anderes. Was als Titel würden? Das Pferd hat einen Penis. So was als Titel. Ich muss mal. Oder so stark wie ein Pferd. Ich hab hier übrigens das Teil des AWP, weil ich Panko noch getötet habe. Ich geh grad vor Lachen einfach, weil ein Pferd-Penis geht, alter. So. Oh, geil, das ist der Scheiße. Warte, dann muss ich aber... Warte mal, wo ist denn das Kopf von dem Pferd? Warte, ich muss da mal hier... Das Kopf! Das Kopf! Das Kopf! Oh, jetzt weiß ich, warum das Pferd voll den Penis hat eh. Oh, geil, doch. Äh, der Grater sollte mal jetzt langsam anfangen, weil ich's weg kann. Das ist Overtime, wahrscheinlich. Der hat vielleicht ein paar getötet. Es ist bestimmt Gauss und ich bin die ganze Zeit bei dem und mach Scheiße. Wer ist das? Das ist Rekord, Rekord. Hallo, ich bin gerade bei Rain. Hallo, Alter, Rain. Ich hab aber leider noch keinen Win... Ich hab leider noch keinen Win... Ich hab leider noch keinen Win... Ich hab leider noch keinen Win... Ich bewolg dich jetzt von der ganzen Zeit, Jungen. Merkst du das nicht? Alter, ich war eben grad bei Rain. Ich bin auch mit ihm. Aber ich bleib jetzt erstmal bei Skull. Ich hätte ihn hinterher skillen können. Ja. Also Leute, wenn's gar nicht versagt bin ich's. Aber du bist gar nicht zurückgegangen und hast nach mir geguckt? Ähm, weil ich jetzt hier umgelaufen bin? Ja? Geil? Ja, 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 ja. Oh ja, Schlecker! Ja, Skull ist auch schon keine Pfanne. Das Rain? Ich kill den jetzt nicht, aber ich hab Angst, dass jetzt ein anderer den killt. Boah, wer haben wir gerade geschossen? Leute, ihr seid. Ihr seid. Okay, wenn Skull nicht versagt, ist es diesmal dann Rain, nicht ich. Aber Skull ist ganz sicher nicht, ne? Ah, fuck! Ich glaub immer, dass Rico ist, man. Hä, wieso? Ja, und ich war bei Skull. Ich war vorhin bei Skull. Ich war vorhin bei Skull. Ich weiß nicht. Rain und ich waren vorhin beim Slender-Ding. Ach, das ist ja. Ich bin tuven. Ich weiß nicht. Irgendwer war in der Nähe, aber wir wissen nicht wer. Ja, Rico war doch in der Nähe. Der war doch in der Mitte. Hä? Ich war aber in diesem Ding. Riko war bei mir am Spawn. Jaaa! Riko war bei mir am Spawn. Riko war bei mir am Spawn, das weiß ich. Ach so, was wolltest du denn sagen? Ich hab gesagt, ich war da vorhin bei dir als Tönke. Ja, Rain, ich weiß nicht. Deswegen kann ich auch nicht sein. Das kann sein. Was? Wer war's denn? Wer hat wen gerade gekillt? Wer war's? Ach, die Zeit war zu Ende. Wer war's denn? Wer war's? Hallo, wer war's? Wer war's? Keiner. Hey, es muss noch ein zweiter gewesen sein. Oh ja, komm, jetzt sagt's doch einfach, man. Das ist doch nicht schlimm. Riko, Riko war's. Ich wusste es. Seht ihr? Ich hab doch gesagt, ich hab den Fehlenspiel. Halalala. Und soll ich's machen? Ja, das klingt ja fast. Ja, ich hab dich eingelacht, aber ich hab noch gar keinen gekillt. Ich hab einen gekillt. Ich hab einen gekillt. Du hast alle am Leben gelassen. Wolltest du vorhin wirklich gucken, ob ich, ähm, noch da war? Ja. Ja, siehst du? Siehst du? Ich wusste es einfach, dass er es ist, Mann. Oh nein. Keiner wollte mir glauben. Ja, du hast aber keinen ersichtlichen Grund, warum ich das Bett. Ja, aber ich hatte einen. Hätte dann jemand, hätte dann jemand Triku gekillt, dann wär's random gewesen. Ja, das war sowas von random. Ich, ich, ich hab ihn noch nicht getötet. Mit dem Lichter war ich noch nicht mal wirklich in der Nähe. Ja, du warst wirklich noch ein Stück weit weg. Oh nein, oh nein, kann mal einer den Tisch bitte schnell verschieben? Ach, Mann. Okay, wenn ich der, warte, 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 warte. Ganz ehrlich, ich hatte gerade einen Rücken zugedreht. Ich hab gerade Sky angeguckt. Ich bin's definitiv nicht. Ich war außen vom Raum, Alter. Ich hatte Sky den, du bist aber gerade so in den Raum reingekommen. Ich bin's schon mal lächeln, ich bin's auch nicht. Ja, warum, warum... Und, äh... Und, äh... Ich hatte in eine andere Richtung geguckt. Da kann's nur Gunter sein. Ich war... Warum ich? Aber Gunter war... Nee, Gunter war eben nicht. Na, außer vom Raum. Trotzdem... Ja, aber... Ich und Günter, wir waren aber zusammen. Okay, komm, wir können wir gehen. Ach, dann, glaub ich, sind's Gunter und Rain. Ach! Auf jeden Fall, wahrscheinlich. Das gehört auf die Tabine her. Alter, komm, töd mich halt. Komm, töd mich halt. Ja, ist okay. Ich bin innocent. Ach, du weißt drauf. Ganz ehrlich, ich glaub, ich glaub, die beiden sind's und am Ende kill ich sie nicht und dann killen sie mich und dann lachen sie mich wieder aus am Ende Runde. Hä, was? Richtig geil. Ja, komm, töd mich. Tango nur noch hinterher. Na komm. Na komm, putzi putzi. Na komm, putzi putzi. Oh, ich glaub... Wer ist das? Oh, wer ist das? Tregonor? Tango nur? Tregonor. Ich krieg's nicht so aus meinem Kopf raus, sorry. Rico und... Ray? Oh, jetzt kommt's mir alle an, das ist ja klar. Ja, jetzt sind alle hier. Und... Oh, nee, ich geh wieder weg, weil wenn jetzt ne Ulululubombe geht, ist's richtig böse. Ray nicht bei mir. Golcandy, geh weg. PAM! 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 Jetzt Sascha, ich hab das schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Hä? Ja, wir sind's beide nicht. Na komm her, komm her. Ähm, das hört sich falsch an. Nein, Sascha, Sascha später nicht. What? Sascha mag 3er. Was? 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 Ich hab so keine Bock mehr, weißt du, ich wusste, Gunther konnte es nur gewesen sein und Reyn hat Gunther gedreht, also. Ich hab's doch, ich hab denen mal Gunther gesagt, aber ihr wart so wunderschön, ihr wart zu dem 3 und ich dachte so, oh jetzt, die Chian-Bombe hat sich nicht, er warnt alle weg. Ja, das Problem ist, das sag ich dir aber jetzt nochmal, hier und da mal hör ich die Ululul-Bombe nicht, gell, also du musst es selber ankündigen. Ja, wenigstens kann man damit noch hinterher sein, das ist so, ich hab, ich hab nur, ja, ich hab nur noch gesehen, dass es geblitzt hat, er blitzt nämlich vorher. Also, ich hab's gehört. Oh, ich hab's nur gesehen. Wenn sie alle schreien, oh mein Gott, Chian-Bombe, ich glaub, dann verstehst du's auch. Weil mich Raka, ich war grad mit Skull und Sack, ey Leute, Leute, kommt mal einer zum Spawn, ich hänge fest. Ja, ich, warte, 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 komm mal bitte einer zum Spawn, ich hänge fest. Ich bin doch am Spawn, da ist niemand. Nee, Saskia, ich bin mit einem anderen Spawn. Oh, na geil. Ah, schädig, ich helb dir. Wer ist das Train? Wenn du mich jetzt killst, ich würde rausgehen. Ich bin beim Spawn, aber das ist kein, oh, da ist Ghost. Los, geh vor, ich schraue dir nicht. Bekleb dich auch. Boah, da geh ich halt wieder zu. Ich war grad eben mit Skull und Sassa beschäftigt, auf einmal, ohlululululul, bumm. Boah, warum läufst du mir hinterher? Prane läuft mir die ganze Zeit hinterher. Wer hat er geschossen? Na, ich war's. Er ist notgeil. Was ist das denn hier? Alter, hast du grad auf mich geschossen? Boah, Mann, Alter, bist du wieder ausgelaufen, ja. Prane is so sprained. Alter, wer hat denn hier gerutet? Ich mach grad die Ding-Wahnsin-Spiehe. Das geht was, ja. Oh, lustig. Ah, nee, nee, doch nicht, du bist gleich bei uns. Hä, was? Ich geh. Verstehst du nicht, du bist so dumm drauf. Komm, tanz! Komm, ich glaub, die Runde bin ich jetzt mal Happy-Trigger-Finger, weil eben wusste ich wie das ist Gunter. Hallo, hallo, hallo. Komm, wir bringen uns zum Tanzen, tanz! Alter, Tango, Tango, Leute. Tango, Leute. Tango, Leute. Alter, ich bin mal wieder schön richtig gut am Arsch, danke. Schön richtig gut am Arsch, A. Also, Tango, Leute, oder? Ich weiß echt nicht, wo ihr grad seid. Ja, ich glaub, Tango, Leute. Ja, das ist grad grad grad... Nein, 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 nein. Wer war denn den Ding? Rain, wir gehen jetzt hin. Wenn das Ding fallen, wenn das Feuer weg ist. Tango, Leute, oder? Ja, warum ist es schon wieder Tango, Leute? Ich war schon wieder kein Draitor. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert, ey. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Tut mich sorry, aber... Wir gehen ja zu dritt. Wir drei sind's nicht. Ich kann's auch nicht. Ich auch nicht. Skull und Rain und Ghost sind's nicht. Also wenn ihr die drei trifft, dann rennt ihr entweder weg, wenn ihr Traitor seid. Und wenn ihr das tut, dann schießen wir euch ab oder ihr kommt zu uns. Okay, alles wieder gut, Leute. Oh Gott, wo bin ich denn? Da ist Saskia. Saskia und Dunkeln einfach weitergelaufen. Ach Saskia, ne kleinere Waffe Kingkirch aus. Ist Tankrono jetzt eigentlich tot? Nein. Nein. Wir suchen ihn noch. Tänkrono, 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 Tänkrono! Ja klar, AK. Was? Was? Oh, der ist hier, der ist hier. Aber das versteh ich nicht. Ich war jetzt hinter nem Pfosten und der hat mich getötet. Nein, warst du nicht. Doch, ich war bei mir komplett hinterm. Du warst doch mitten im Gang. Nein, war ich nicht. Natürlich. Sonst hätte ich dich ja nicht mit der Schökkern noch töten können. Ich war bei mir direkt hinter dem Tänkrono. Riko, wenn du tot bist, Ruhe. Das könnt ihr nachher gehen. Ja, wir haben sich meistens dran halten. Leute, bitte nicht. So, also Tänkrono ist ganz sicher. Wer ist denn dann der andere? Dann kann's ja nur noch Saskia sein, oder? Ja, nein, ich war doch bei euch geworden. Nein, ich lebe noch. Ja, aber es leben glaube ich nur noch wir fünf und wir drei sind's auf jeden Fall nicht. Nee, Tänkrono lebt auch noch. Ja, aber ich bin's auch nicht. Ja, aber es sind noch jemand. Ja, dann nimmt einer von euch. Ich war nicht da. Lass uns doch jetzt erstmal Tänkrono töten, okay? Okay, dann danach spielen wir russisch Roulette, alles klar. Okay, ich halte die Waffe. Hier liegt noch einer. Wir müssen mir das dann aber klären, wie lustig. Riko war Indo, ne? Ja, ich weiß auch noch nicht, wie wir das machen. Dann muss es ja wirklich... Ja, machen das so. Ich halte die Fakten. Wo seid ihr denn? Ach, Leute. Okay, du fahrts drauf, alles klar. Also ich seh, ich seh jetzt gleich, wer von euch nicht schiebt. Ich, ich lauf vor euch, ja? Ja, ich weiß okay, ja. Wo seid ihr denn? Ich schieß als erstes. Wo ist er? Aber nicht auf mich schießen, ne? Da muss doch irgendwas sein. Boah, wo seid ihr, Leute? Wir sind am Spawn-Cross, Saskia. Wir sind am Spawn. Das ist ganz sicher, Leute. Ich weiß es einfach. Das ist zu einem Prozent Saskia. Gunther, du wirst auch geboten. Hey, Sky, komm, komm wieder her. Hey Gunther, warum redest du grad? Sorry, ich dachte, ich war geboten. Warte, Ghost, wir sind voll auseinander. Ach, oh geil, ich hab schon Angst. Sky fehlt noch. Ah, da. Tut mir leid, ich bin einfach vorgelaufen. Es ist so schlimm, ich bin in der falschen Richtung gelaufen. Was sieht man das so schlimm? Ja, wir können uns jetzt auch vor Campen irgendwo und die Zeit ablaufen lassen. Ja, aber es ist ganz sicher, Saskia. Und wir sind bestimmt beide ja zusammen. Ja, natürlich, wir sind beide zusammen. Tengrenort sagt nix mehr. Was geht mal wieder fremd hier? Saskia ist, äh... Oh, ich fäng mal an einem Scheißschrank fest. Los, Leute, geh weg ins Schrank. Leute, ich hab keine Ahnung, wo den Tengrenort ist, wo wollen wir langlaufen oder so. Tengrenort. Am Ende hat der Tengrenort anwender des Tengrenorten den Geheimen T-Treiter um gefunden, wo man von da aus der Mapp hier kaputt machen kann. das kann ja sein dass er irgendwie jetzt ein Hack super aktiviert hat und jetzt einen neuen Raum auch klar der Gräser die Map umgeschrieben ja das war auch des öfteren ja ebenst der drückt nur K und dann ist alles fertig einfach nur K mehr ist es nicht ist schon alles schon vorgeschrieben da muss einfach das mal ich finde die beiden überhaupt nicht mehr ich finde die beiden auch nicht mehr ich finde euch nicht mehr Saske wo bist denn du? das kann nur Saske sein ich bin irgendwo in einem Raum oh da seid ihr ja alle Leute des ich bin mir nicht sicher aber ja das passt sealed und es ist alles die sind noch 10 zählt da vorne hinter dir gradaus gradaus im Raum da verdammt verdammt wenn der ist noch irgendwo da Auf mich zu verfolgen! Ah! Ja, nice! Ah, schade! Das ist ja schade! Du hättest keine G-Fat, ne? Nein, das ging nicht schade! Du hättest einfach eine G-Fat zu ihm sollen, dann wären wir alle tot gewesen! Ja, nein! Und das habe ich ja mit der ganzen Zeit gebrochen, weil ich hatte sie nur noch 17. Ja, du hättest... Ja, ich weiß nicht so, die hat sich schon vorher eine Waffe gekauft! Ja! Die hätte sie einfach nur wegwerfen müssen und dann hätte sie die G-Hard-Bombe nehmen können! Oh, das müsste mir mal einer sagen! Ja, verdammt, schade! Ich bin leider kein Traitor, tut mir leid! Ah, okay, dann weißt du es beim nächsten Mal, ne? Jo! Aber Leute, ne, wir waren ja so geil! Ich lerne ja immer noch dazu, also das ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht so super froh bin! Ich weiß ja nicht, Crane war doch vor mir tot, oder? Aber Rico, du warst bei mir echt mitten im Gang, sonst hätt ich mit der Shotgun nicht hinterher geschossen! Hallo Ghost! Hallo! Das verstehe ich immer nicht! Hallo! Na? Aber unsere Probleme ist, wir sind einfach viel zu nett! Okay, ich bin innocent! So, jetzt bin ich wirklich... Wenn ich da, wenn ich fort bin... LOL! Oh! Okay, ich komm dem Traitor vielleicht entgegen... Vielleicht... Oh, da kommt der nächste! Oh! 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 aber es gibt jetzt zwei der hat nur noch Kronade weggeworfen ich bin's jemand in die Richtung weg 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 oh du scheiß Ding du ey oh leul ich bin am Schrank gewesen ich hab ne Inzidencie gehört ich bleib jetzt so lange hier das kannst du glauben was ist ne Inzidencie da ist einer weißt du was ich vertrau dir das war voll dumm vertrau niemandem mehr wer ist auf Toilette gegangen keine Ahnung wer ist kacken gegangen wer schießt denn da Ghost und Tank rum wie langweilig ist Ghost ich denk mal du bist das weil wenn jemand verknüpft bitte mir sauer mein weibliches nein ich laber einfach nicht dein weibliches Organ sagt es dir hee 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 oh Ghost alter so ich glaube irgendwie Tengono ist wieder Nein Rain, Ghost und wer ist der dritte? Tengono im Dunkeln ja ich such grad die ganze Zeit neben der Banne ja Tengono ich hab die grad gesehen ja Prane war eben grad äh wo ist ein Prane ist abgeblieben ok Günther ja ich komm zurück bleib stehen wo seid ihr hin hier seid ihr ok Tengono Tengono wir sind aber jetzt geht ihr nicht an und will das wärs Alter ich geh weg aber Tengono ist Leute nein bin ich ganz oft nicht Tengono war mit mir in der vorherigen Runde aber der ist dann meistens immer mit mir zusammen das ist voll komisch ja weil wir sind halt von Natur aus sind wir zusammen Alter nein nein ich glaub der will dich ficken sagst dir glaub ich auch was nein 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 Alter wieso rennen die mir jetzt hinterher weil wir das mögliche gucken oh nee ich will kein Bokake oh ja geil Bokake wo seid ihr wo seid ihr Leute ich sag's jetzt schon hier ist Prane 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 wenn ich nur einmal glaube dass Ghost ist ne im Weg nicht voll das hier Riko ah ich bin's nicht los schieß mir mein Horn weg was wieso warte Raine hat auf ihn geschossen wieso hast du auf ihn geschossen ok er war inno Riko also ist Tengono ich glaube es ist Riko Riko ok du hässliche Hure so ne Hure so ne Hure so ne Hure also Riko ich mach so was nie wieder bei Raine haben wir gut gemacht ja ich wollte eigentlich die Ulalul Bombe nehmen aber wir haben nicht mehr wir haben nicht mehr Taten genommen lalalalalala lalalalalala so geil Junge ne ne Shotgun nice damit hättest du echt rechnen müssen ne will ich alles nicht aber weil das jetzt meistens jemand zu mir gesagt hat war dann Traitor und deswegen naja lalalalalala lalalalalala lalalalalalalalalala lalalalalalalala Russland was römer noch das römerloch hat er nicht gerade Russland gesagt? ja Mann innozent also ich bin mein Tengono innozent also ich bin mein Tengono ist eh wieder Traitor und ich bin hier innozent innozent also ich und Tengono sind gerade hier zusammen nee Tengono ist es nicht oh das wusste ich wusste das einfach was liegen hier noch da drauf enden Was? Tengro ist das nicht, weil ichs nicht bin. Ja, das ist jetzt einfach mein... Nein, 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 nein! Raid, wir waren schon wieder zusammen! Obwohl, Raid's kann soffern, aber er ist halt da. Er war nicht, der das Licht ausgemacht hat. Ich bin hier, wo es das Licht ausgemacht hat, aber ich bin hier grad das Rohr hochgesprungen. Hallo, hi, da mit euch. WTF? Junge, ich hab ja voll Angst, man. Alter, befreug mich nicht, gib Raid. Ja, Junge, ich bin weg! Ich wollte Panik verbreiten, eh, Henk, hallo! Wetter geschossen. Ja, ich, ich wollte Panik verbreiten, damit ihr euch alle kuhlt. Oh, mein Bild, mein Bild hast du grad, hast du dich. Ich hatte grad Angst. Ich hab Angst, ich folg dir. Ich würd sagen, wie er vorbei, man. Wie machst du die Bilder? Da ist ein Toter, da ist ein Toter! Ich war's denn. Tinkrunor, geh weg! Tinkrunor, geh weg! Wieso tust du die nicht? Ja, will ich ja! Ja, ich auch, guck hier! Du hast ne Schratze! Wer ist denn jetzt tot, man? Der wurde mit der Silencer auf OP geschossen. Tot geschossen. Und war Inno. Hey, da ist Rain, warum ist der verletzt? Warum ist der verletzt? Ich weiß, ich bin schon die ganze Zeit am Spawn mit Sascha gewesen. Auf Sascha ist weg. Warum ist Rain verletzt? Warum ist Rain verletzt? Wie machst du die Bilder? Mit G. Mit G-Knauf. Meine eigene sogar. Intinity. Aber du musst erst das Bild ein-Ding so. Intinity oder was? Das heißt, wenn ich jetzt das nehm... We're straight! We're straight! We're straight! We're straight! We're straight! Hä? Wie muss ich? Du musst erst das Bild ein-Ding so. Du musst das erstmal hier hochladen. Sozusagen bei dir. Und dann musst du dein Spiel neu starten, und dann kannst du... Äh... Das muss mir noch einmal zeigen. Was hast du für eine Waffe? Lockdown. Du hast aber nachgeladen. Ja, nee, ich habe meine Diegel weggeworfen, weil ich dachte, ich hatte eine normale Pistol und wollte die Diegel holen. Ich finde ja schön, Leute, ich finde ja schön, wie ihr diskutiert, wer der Trainer sein könnte und nicht hört, wer zum Fick-Ted-Trader ist. Du hast gesagt, Rain. Ja, das habe ich auch. Rain ist auf jeden Fall dead. Ja, Rain ist tot und ich habe Rain gehört. Ja, richtig. Und wer ist kein Trader? Da ist Ghost. Also, ich gehe mal zu Ghost. Rain ist kein Trader, richtig. Da kann nur der Trader sein. Da hinten ist Rain. Da hinten ist Rain. Da redet hier gerade geil, aber es ist... Hier ist Ghost, okay. Aber ich habe Rain getötet. Du hast ihn gekillt, ja. Never Trader. Ja, nice. Und ich bin proven, also den Gründer. Ja, ich bin auch proven. Ich habe den vorher auch durchsucht. Und ich bin es auch nicht. Ich war von die ganze Zeit mit Saske unterwegs. Ja, das ist auch nicht. Ich war vorhin bei Graus. Dann kann es eigentlich nur noch Tenko noch auf sein. Ich wollte Waffen wechseln, sorry. Ich gehe weg hier, weil ich will jetzt nicht noch mal von Tenko noch gekillt werden. Ja, dann höre ich ihn nur einfach. Ey, ohne Witz, ich bin nett. Ja, aber ich war von mit Saske die ganze Zeit am Sporn. Da, Tenko, da, Tenko, da, ne, hat sich mir Angst. Ich bin nett, ich bin nett, guck, guck, guck hier. Bitte. Tenko, oh nein, nein, nein. Ghost, du bist mir nicht so ganz koschig. Ich war voll, ich hätte Saske von fünfmal killen können. Töte mich. Ja, 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 das ist immer nur noch aufgeregt. Obwohl, ja, eigentlich hättest du, ja, das ist halt so. Ich war die ganze Zeit mit Saske unterwegs. Ich bin wirklich nett. Rego. Ich bin's nicht, ich hab, hey, dann hätte ich mein eigenes Dings getötet. Ja, das, Rego ist, dann ist es Ghost oder Saske. Ich will nicht von euch gekillt werden, deswegen habe ich mich jetzt verpisst. Na, aber ich war ja schon, also ist es dann entweder Ghost oder Trägonor. Das ist aber keine Ausrede. Das ist echt keine Ausrede. Es soll hier aber keine Ausrede sein, es sollen Fakten sein. Fahrrad. Oh, mein Handy. Schlag Ramon. Da schießt jemand. Ne, das war, glaube ich, irgendeine Explosion. Tenko, Tenko, Tenko hat gerade... ...ein Fahrrad gehoben. What the fuck? Okay, also ich kann die Zeit gerne abwarten. Wow, 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 Tenko noch wirft Granaten. Oh nein. Nein, die Granate kam gerade aus dem Raum. Hey, bist du doof? Oh, ja, ich bin doof. Keine Leid. Da kommt, da ist noch eine Granate, pass auf. Rego. Ah, Saske hat mich angeschossen, einfach um den Grund. Ja, aber du, auch nicht. Ich hab mich geschossen. Ja, dann... Es hat aber auch Granate zu werfen. Hä, wieso? Hä? Oh, Saske, jetzt ist es. Nein, du hast gerade... Ich hab ihn keine... Ich kann kein Trader sein. Natürlich. Dann kannst du ja nur noch Riko sein. Ich bin proven, du Dummness, ey. Ey, gut, dann ist es der, der da im Raum ist. Na, nee, nee, ich warte lieber mal. Ich weiß, ich weiß nicht, einer von euch beiden kannst du noch sein. Ich bin es nicht. Ich töte Saskia. Das ist mir jetzt egal. Oh nein, am Ende wird... Oh, nee, doch, ich bin's nicht, ich bin's nicht, ich bin's... Hä? Ich bin's nicht, ich bin's... Ja. Maggatt nicht, Saske. Oh Mann, Mist. Der Riko hat doch den eingetöteten, Altrager. Warte mal auf, du... Ja. Du bist doch dumm. Alter, sagst du, der hat doch den einen Trader getötet. Wie kann's Riku sein? Der hat den einen Trader getötet. Ja. Ja, weil er mich angeschossen hat. Okay, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.